Musik Ja, der aufziehende Teilzug, der jetzt zuerst die Dorfstraße bezieht, wird angeführt von der Gesellschaft Egerlust von 1100 eine der Religionsgesellschaften, die ihr büderischem Schützenregiment. Musik Musik Die Geschütze werden wie immer bezogen von kräftigen Tieren. Musik Die Geschütze ziehen hier in die Dorfstraße hinein. Musik Musik Die Geschütze Die Geschütze Die Geschütze Die Schwarzen Hussaren als Königskompanie in diesem Jahr besonders stolz dabei. Musik Dazu die blauen, die roten und bitte noch die Grünen aus Saren Müderricht. Herzlich willkommen auf der Dorfstraße. Musik Musik Die Geschütze Die Geschütze Die Geschütze Die Geschütze Die Geschütze Sherlock Die Geschütze Musik 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 Der Blasorchester führt jetzt den nächsten Zug hier herein. Wir haben es eben angekündigt, was hier eben ist ein Sternmarsch. Im wahrsten Wort sind aus allen Himmelsrichtungen. Ich komme die einzelnen Teile des Regimentes hier zum Kale aufgesogen. ...und die großen Gesellschaft, die jetzt sehen, die hier einwandke home-icable-edeutenden Straßen, in den Nordrhein-Westfalen, die aufgehört sich um die Nordrhein-Westfalen, in der heimischen Rundbahn, in der Heimat am Abend von 1916. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danach wird das königliche Regiment zurückziehen, für die, die den Ablauf hier in Büderisch noch nicht so genau kennen. Und hier neben dem Rathaus auf der Tribüne Aufstellung nehmen und dann die Parade des Büderischer Schützenregimentes erstmals im Jahre 2000. Ich meine, auch hier ist nochmal ein besonderer Ablauf angebracht. Die Männer leisten tolles, schwere Hörner. So ist oben, in Höhe der Töller-Helmich-Straße, wo die Polizei hier so sehr kreis geschlossiert ist. Und die Folge geht jetzt in der politischen Gruppe, in der Folge. Nach hinterher darf ich einen Blick werfen, um die Vorstand, die Herrgäste und die anderen Gruppe zu hören. Und ich bin Gott bedankt, dass wir von der Rest, dass wir uns gleich so. Und ich bin Gott bedankt, dass wir uns gleich so. Und ich bin Gott bedankt, dass wir uns gleich so. Und ich bin Gott bedankt, dass wir uns gleich so. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 An die Müller-Werkenskapelle, die Unterleitung. Ja, liebe Paradegäste, hier zieht jetzt gewissermaßen eine Unterabteilung des Rundfadenfors vorbei. Nicht etwa, weil sie den Rundfadenforschen-Weitersglocke nicht kennen, sondern auch Platzgründen, meine Damen und Herren. Denn das Rundfadenfors dieses Jahr eine Rekordstärke von 42 Kultus hier dabei. Und die erste Rundfadenforschen-Weitersglocke. Ja, es folgt in der Woche, sind die Regimentenspitze verlockt. Sie ist da in der Woche. Das ist der gleiche Spieler, das in drei Wochen oben geworben wird. Und da steht er nicht neben mir. Das ist ja das Badenschwürs, dieses Jahr Andreas Lehmann. Und dahinter haben wir die alte Garde der Kompanie, Regionen, Röderkorn, Ranzkandidier und dem 9. Widerheil, Spannowasch, der Kutsche. Es folgt unsere Jule-Hinskompagnie, dieses Jahr 50 Jahre alt, die erste Revier-Panier-Zug, und der Oberleutnant Simon Steele. So kommt mein Jura. Die Treibung kommt, der Netz der Gesellschaft. Die Wissenschaftsjägerlust. Doch die Nachfahne, die stand aus dem Jahr 1902, wird auf den Zügen nicht mehr mitgenommen. Ist auch nicht als Grundhersteller ein großer Pferd da. Heute tragen sie ihre neue, ebenfalls handelt werden mit der Nachfahne dabei. Immer wieder ein schöner Anblick. Die Nachfahne 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.